Oh das hört ja gar nicht auf. Was wir aber mal machen können, uns die Knie brechen. Wir können hier direkt mal Blöcke draus machen. Show mal. Geht sogar genau auf. Ah ne, da ist ja noch einer. Daraus machen wir uns hier. Aufpassen, ja. Oh was, schon wieder Essen? Ich hab doch gerade zweimal. Wie oft will der denn Fressen hier, ey? Wenn das weiter so geht, reißer Essen nicht. So, die Kohle noch, da muss ich mir mal was zu trinken. Genehmigen. Also ich mir persönlich. Gut, dass man in Minecraft nicht auch noch trinken muss. Ah, das ist ja schon wieder. Da, 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 okay, hier müssen wir wirklich aufpassen. Oder? 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 Wenn wir mal so viel Eis oder jemanden? Na gut, aber okay, jemanden, jemanden eher nicht so. Da ist noch Dings. Hier machen wir mal ruhig zu. DOB. DOB Da würde ich mal ganz gerne rein. Oder hoch. Okay, da geht's auch rein. Da kommt ein Zombie. Äh. Ah. Ich würde das Wasser gerne mal hier erstmal abschneiden. Kommt der jetzt hierher oder nicht? Da geht's auch hoch. Geh, wir gehen hier rein. Vanita, du müsstest mir nachher vielleicht nochmal einen Gefallen tun. Aber weißt du ja, ne? Machst du ja auch gerne, weiß ich doch. Ne, machst du nicht ungerne, das weiß ich. Das hast du mir nämlich anders gesagt mal. Wenn dem doch so ist, dann musst du nicht. Nicht. Oh, da sind doch so viele kleine Zwischengänge überall. Keine Angst, Vanita. Hat sich eh bald erledigt. Hat sich doch eh bald erledigt. So, hier das Gold noch. Sehr schön, aber auch ein bisschen Gold mitgenommen. Wo sind wir jetzt? Ja, waren wir auf jeden Fall schon mal. Hier auf jeden Fall. Ne, hat er. Erstmal ein bisschen grob durchrennen hier. Alles ein bisschen ausleuchten. Bis hier würde ich sagen. Oh, ich wollte mir doch was zu trinken angießen. Ich gucke schon wieder sehr verängstigt auf das Internet. Dass es dich wieder abschmiert. Oh, 25 haben wir. Sehr gut. Ratzfatz geht das hier. Ratzfatz. Ratzfatz. Eisen, äh, Gold. Auch wichtig. Brauchen wir echt viel, 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 viel von. Mit den ganzen Schienen, die wir da noch brauchen. Und um einiges auf uns zukommen. Und halt auch das hier, ne? Darum auch, wenn man in der Höhle ist, immer mitnehmen. Du gehst eine rauchen, Vanita. Habe ich das richtig erkannt? Na, dann, äh, warte. Dann kippe ich mir auch mal was zu trinken an und rauche auch eine. Mach das, Vanita. Ja. So, hier noch Kohle. Kohle. also dass sie doch noch so groß ist hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht wir waren hier glaube ich auch schon zweimal drin zweimal mindestens nicht sogar dreimal weiß ich jetzt nicht genau oha, das hätte jetzt auch böse ausgehen können sehr schön, vielen lieben Dank Maneta fürs mitnehmen ich danke dir Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle Kohle ohne Ende Kohle ohne Ende Oh, da hängt es ein bisschen zu lieb hier mache ich erstmal zu Ja, ich sehe da nichts Zwinker, Zwinker Wo waren jetzt Ich trau mich ja irgendwie nicht mich da rüber zu bauen Na doch Okay geht Ja So Alles sicher hier Sehr gut Gut, erstmal ein bisschen ausleuchten Das ist bestimmt eine Sackgasse Ja, mehr oder weniger Passt so Reißen wir hier erstmal alles weg So Ich glaube Kohle Hatten wir noch nie so viel mitgenommen aus einer Höhle, oder? Ich weiß es nicht Ich glaube nicht Gut Eisen Eisen Das lassen wir dann lieber da Fäckeln Fäckeln Eins, zwei Zack, 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 zack Zack, zack Fäckeln Fäckeln Schon mal Haben wir echt so viel liegen lassen hier? Da hatten wir doch mit bestimmten Planen Wollten einfach nur noch raus Kann ich mir vorstellen Okay, da haben wir alles Das auch alles mit Ah Könnte man auch den einen oder anderen noch gebrauchen Vielleicht, ne? Für Bücher Für Zauberungen Und gibt natürlich auch sehr gute XPs, ne? Lape Slazuli Noch ein bisschen Kohle Hier noch einen Schluck Okay Ja, wir gehen hier lang Ja, wir gehen hier lang Okay Oh, Redstone Guck mal Guck mal, 26 Mit dem Redstone Und den Dings Gucken wir bestimmt gleich Auf 27 schon Können ja was sagen Komm, wir machen bis 30 Und suchen wir uns wieder einen Weg raus Ich glaube, das machen wir auch, ne? Wir haben Guck mal Einiges an Ressourcen Klar, kein Nicht so sehr viel Gold Und sowas, ne? Und kein Diamant Aber Ansonsten Das war doch eigentlich so der Plan Ein bisschen Eisen, ne? Gut, Eisen könnte noch Ein kleines bisschen mehr werden Danke Aber ansonsten Bin ich ganz zufrieden Wenn wir auf 30 kommen noch Bin ich schon sehr zufrieden So Wo war hier alles weg? Ja Sind wir von da oben gekommen, ne? Ne, ich wollte nach da oben Achso Naja, aber das siehst du doch Denn gar nicht, oder? Vielleicht machen da so viele da, ja? Krass Ja, gut Hier geht's nicht lang Und hier sind wir durchgekommen, ne? Gucken wir, was da oben noch so ist Ich sage mal Wenn wir jetzt den Ausgang finden Gleich sofort Dann gehen wir auch aus Ne? Aber Das glaube ich Tatsächlich Nicht so Bei 28 Ja Das wäre sehr lieb Warte mal ganz kurz Ähm Das grenze ich hier mal ein Und den machen wir auch dicht Und den machen wir auch dicht Oh, da ist Minenschacht Oh, da würde ich eigentlich ganz gerne mal reingucken Ohne in Lava zu gehen Hm, okay Mehr ist das nicht Oh doch, da vorne geht's noch weiter Ich hoffe hier ist nichts unten drunter Aha Siehst du, wenn du zu voreilig bist Bist du weg Hm, gut Hier können wir jetzt auch erstmal ausleuchten Und das nehmen wir uns alles mit Und die Schienen nehmen wir natürlich auch mit Platz haben wir noch Genau, noch die ein oder andere Sache Aussortieren dann Aber erstmal gehen wir durch Spinnen Und die Kohle nehmen wir auch mit Und die Schatten